Herzlich Willkommen bei Sun & Beauty Concept, Ihrem Studio für Sonne und Schönheit in Schwerin. Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Palette an kosmetischen Behandlungen für sofort Sicht und fühlbare Ergebnisse. Dazu zählen apparative Kosmetik mit Kaltlaser, Diamant-Mikrodermabrasion, Mesoporation und Ultraschall. Ihre Füße bekommen bei uns Fußpflege sowie Fußreflexzonenmassage. Erleben Sie Wohlbefinden und das Lösen von Verspannungen und Verhärtungen durch unsere Thai-Massage. Auch Ihren Nägeln, egal ob natürlich oder künstlich, widmen wir uns gerne. Wir verwenden Produkte der Firma Charlotte Menzen sowie Wirkstoffkosmetik von Montay. In unserem Solarium-Bereich finden Sie sechs Sonnenbänke für gesunde Bräune. Fahren Sie Fahrrad zur Fettverbrennung, Entgiftung und Entschlackung in unserem Infrarottunnel. Besonders geeignet auch bei Gelenkschmerzen. Das Sun & Beauty Konzept Team freut sich auf Sie!